So, weiter geht's. Wo müssen wir denn überhaupt lang gerade? Nach, da oben. Und was ist hier? Achso, da kam der raus. Wie bitte? Im Laden war eine verschlossene Tür? In welchem Laden? Die hier, oder was? Ja, Harnadel. Na dann leg los. Das kriege ich hin. Ja, ich hoffe doch. So. Okay, oh. Nicht mehr entgegenlaufen. Was ist das hier? Was sind das hier? Fülle Fußabdrücke. Wieso stoppen die hier? Oh, hier. Noch eine? Wir haben ja den letzten noch nicht mal geöffnet. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Da ist alles komplett zerlegt. Ich brauche noch einen verschissenen Lockpick hier. Haben wir den übersehen? Geh mal beiseite, danke. Dammit. Ein einziger. Vier Stück haben wir. Wir brauchen fünf. Finden wir hier in der Nähe. Geh mal beiseite, bitte. Danke. Liegt hier irgendwo einer rum? Hier irgendwie oben drauf? Nein. Ist das? Ist was? Slade. Er ist hier. Überwältige Slade. Oh mein Gott. Wo ist der? Was ist denn das überhaupt für komische Kristalle hier? Okay. Achso, das ist diese... Schockjockey-Kristall. Gibt es hier nicht irgendwo einen Lockpick noch? Nur einen einzeln? Oh, hier ist so ein Ding. Habe ich ja komplett übersehen. Eine Stadt trauert. Lady Comstock wurde ermordet. Oh nein! Tombs open for public. Okay. Oh, die kann man anschauen. Sind wir da vorbeigelaufen? Nee, oder? Ende. Hier liegt bestimmt noch irgendwo ein Lockpick, oder? Und wir übersehen den gerade einfach nur. Hier liegt ein Typ. Der hat nichts dabei. Eine Kasse. Die ist auch leer. Mann, wo... Ey, das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Scheiß Lockpicks. Gib mir einen Lockpick, Asiate. Nee, hier ist keiner. Wo müssen wir jetzt hin? Nach da. Alli, komm. Gib mir mal irgendwie einen Lockpick. Du weißt bestimmt, wer einer ist, oder? Boah, die sind übelst creepy hier. Das hatten wir schon alles. Wir haben auch alles ordentlich abgesucht. Damn it. Beherrschung, bla bla bla. Ja, bringt uns jetzt erstmal nichts. Stimmt, wir könnten eigentlich mal ein bisschen mehr Beherrschen einsetzen. Ob das... Oh, hier, Geldherr. Finden wir lieber einen Lockpick-Mansions, Kinder. Machen wir auf hier. Hier wird er jetzt gefightet, oder? Versuchen Sie die Halle hier... Was ist das? Was ist was? Komm, Stocks Schiffe. Komm, Stocks Schiffe. Kommt wegen Slate. Es war Slate, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slate, der die Tore Peking stürmte. Slate! 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 Komm, Stocks, kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein! Er will... Ja, nervt mal nicht. Ich will hier Lockpicks haben. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Und nu? Gib uns endlich diese Kraft! Das muss doch nicht sein! Schrotflinte. Auf auf, Jungs! Auf auf was? Wie, wo kommt die her? Warte, warte, wir müssen erstmal Bomben legen. Bomben legen, bam. Und da noch was hin. Kommt her, ihr Ficker. Ah, da rennt er direkt rein. Oh, oh, oh. What the hell? Bam! Munition, hier, her damit. Sehr gut. Wo sind hier welche? Zeigt euch. What the hell? Hier kommen zu viele. Fuck, 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 fuck. Wir nehmen, wir nehmen. Hier, jetzt nochmal über... Hier, kämpft mal für mich, Kollege. Sehr gut, sehr gut. Ach, schade, das wäre geil gewesen. Schön im Sprung weggeholt. Wow, 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 wow. Salz. Schnauze. Schnauze. Komm, ist hier noch welche? Oder was geht ab? Wow, 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 wow. Oh, schmurgehelle. Oh, fuck, fack, 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 lauf. Ja, Munition, her. Lass mich mal laufen, lass mich mal laufen. Holy shit, der ist explodiert. Oh, das ist ein Double-Kill, da waren da zwei Typen, oder? Na, zeig dich. Na, fuck. Ich hab gedacht, der kommt noch ein bisschen raus. Komm, Slade, zeig dich. Komm runter hier. Jetzt komm schon, David. Enttäusche die Jungs nicht. Komm. Oh, jetzt kommt hier noch einer, oder was? Kommt die von oben? Von wo kommen die? Oh, scheiße, was ist das? Oh, mein Gott. Kämpfer für mich, Kollege. Upsa. Na, kämpft der mal ordentlich für mich? Oh, scheiße, der ist schon da. Bam. Munition her, genau. Perfekt getimed. Motherfucker. Oh, ich bin noch ein Normaler. Oh, shit, shit, shit. Mach das scheiß Medikid-Ding hin. Bitte sehr. Ah, alter Schwede. Ist das Ding platt? Ja. Na, dann komm mal runter jetzt hier. Du Held. Komm hier. Oh, was war das? Da war doch gerade noch was zum Einsammeln. Ach, hier. Lockpick, der hat einen Lockpick. Ja, da müssen wir nachher zurück. Munition für eine Schrott. Für eine Schrotze. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Hallo? Noch eine Schrott. Die brauchen wir nicht. Eine Kiste, die ist leer. Oh, hier, noch was von Slade. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der edle Karte. Warte kurz. Mach mir jetzt mal in Energie. Ne, wir machen weiter in Salze rein. Stirb ein bisschen Big Horn. Wunderbar. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir machen ihn die weiße Rothaut von Runde Gnie. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Was ist denn das hier für krasser Shit? Wieso kommt er eigentlich mal selber runter? So, wo müssen wir denn noch hin? Überwältigt ist Slade. Na, da kommt er nicht mal runter, die Pfeife. Das hat er sich sogar von hier oben verpisst. Geht's nicht kaputt hier? Ah, hier geht's weiter hoch, okay. Salze haben wir genug. Energie haben wir auch genug. Infusionen haben wir geholt. Ähm, da gehen wir mal weiter hier. Gehen wir mal hier reingucken. Guten Tag! Tag! Nee, wird auch niemand hier. Ein bisschen Munition, ein bisschen Salz, ein Pfeil und Bogen. Nee, bringt uns alles nicht zu viel was. Ähm, da geht's auch nicht weiter. Ach so, jetzt kommen wir hoch auf den Balkon zu dem Typen, oder? Das ist er doch. Ah, wir können dem jetzt echt Schaden machen? Der hat ja zumindest gerade einen Energiebeugen. Na, zeigt euch. Na? Motherfucker. Da ist keiner mehr. Und... Da ist auch keiner mehr. Na, dann weiter geht's. Aber der hat auf jeden Fall gerade einen Energiebalken gehabt. Na komm, geh kaputt. Lol, ein Glitch. Sniper-Munition, sehr gut. Ein bisschen Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Wir müssen nachher echt noch zurück. Wir müssen noch diesen Safe öffnen. So, jetzt zeig dich endlich, du Fotze. Hm, hallo? Hol dir Schock-Jock hier. Das hab ich die ganze Zeit schon vor. Wie, der ist besiegt. Oh, hier war der Mülleimer. Müsli drin, sehr gut. Schock-Jock hier nehmen. Gib das her, Motherfucker. Du bist hier noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen, den Teller. Bring's zu Ende. Ich will keine Pistole. Ähm, wir... Töten Slade... Ja, er hat uns im Grunde nichts getan. Was machen wir denn jetzt? Also, ich weiß ja, weil ich ja das Let's Play schon geschaut hab, also, ich weiß, was mit ihm passiert, wenn wir ihn verschonen. Also, es wäre für mich jetzt interessant, was passiert, wenn wir ihn töten. Hm, aber wir haben im Grunde keinen Grund, den zu töten. Ach komm, wir machen... oder? Ja doch, wir machen den jetzt platt. Sie haben dich nicht verdreht, Booker. Kein bisschen. Guck weg! Ja, das muss es sein, es tut mir leid. Schock-Jockey. Ich hoffe, das ist es wert, Slade. Schock-Jockey. Schock-Jockey. Ah. Bss, bss, bss. Ja, ja, Mann, wir wissen doch, wie die scheiß Kräfte gehen. Comstocks Männer hätten ihn erwischt. Wahrscheinlich, ja. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Also, ans virtuelle Töten auf jeden Fall. Und, ähm, falls ihr wissen wollt, was mit ihm passiert, wenn wir ihn verschont hätten, Comstock wäre hier reinmarschiert mit seinen ganzen Truppen und hätten den alten Kompanen hier mitgenommen und hätten ihn gefoltert. Und ich denke mal, ein Schuss in den Kopf ist besser als Folter über mehrere Stunden. Und wir müssen jetzt nach da. Aber ich würde jetzt eigentlich mal ganz gerne zu dem Tresor, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ups, gegen die Wand gelaufen, wo wir hin müssen. Ja, doch, nach da unten durchs Tor müssen wir, um zum Dingens hier, bla bla bla, zu kommen. Also, auf geht's. Wir holen uns jetzt noch den Tresor. Kriegen wir eigentlich einen Schock, wenn wir... Oh ja, wir kriegen einen Schock. So, Gas geben. Alice, denke ich mal, der erkennt uns. Oh, da war der hier? Doch, der war hier irgendwo, ne? Da hinten war er. Da, genau da. So, mach auf das Ding. Kannst du dir das mal ansehen? Okay. Bitte sehr. Braves Mädel. 255, nice. Und noch mehr Geld. Na, perfekt. Und damit möchte ich auch die Folge für heute beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute.